Willkommen zu einer neuen Folge Game of Twins. Wir spielen heute wieder Pokémon strahlender Diamant. Wir sind auf dem Weg zur Erdseling, glaube ich, und versuchen unser Team vielleicht zu vervollständigen und womöglich auch ein Pokémon zu entwickeln. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Das war ein cooler Übergang. Ich habe rechtzeitig gedrückt. Eigentlich würde es ja einen Vorspann geben, oder? Ja, doch. Ich habe rechtzeitig gedrückt, damit es ein Übergang gibt. Ach, nee. Hä, was? Was? Hä? Ja, direkt einen kleinen Stein. Eine Sekunde vor der Trainerin. Was? Was haben wir? Nein. Oh. Was? Nein, was? Ja, alles. Ja, alles. Oh mein Gott, ich hasse dich. Was? Geil. Soll ich mich umsonst gehauen? Nein. 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 Ey, aber das Kleinstein auf einen Millimeter. Ich habe schon vergessen. Oh mein Gott. Ich habe schon vergessen. Wobei, nee, habe ich nicht vergessen. Oh nein. 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 Schadest du dich damit selbst, oder? Nein. Nein. Schadest du dich damit selbst, oder? Nein. Nein. Stimmt. Sollte man, ich hasse dich wegnehmen? Nee. Du wolltest ihn doch beleidigen. Irgendetwas mit Du. Was auch immer. Oh. Großstein. Oh, sei. Da muss doch viel leidiger auf sein. Was? Wir haben ihn Großstein genannt? Ja. Nein. Hä? Was? Der hat drei Pokémon. Wie unfair. Ja. Wir haben zwei. Ey, und dann benutze ich noch ein Elektro-Pokémon? Oh Gott. So unfair. Stieg. Wenn du mit einem kleinen Stein eingesammelt hättest, dann... Ich meine, ich... äh... ...äh... ...äh... Eingesetzt hättest. Also wenn du mit einem kleinen Stein eingesetzt hättest, dann hättest du ihn... Oh eh. Wahrscheinlich ja schon verloren. Als ob das so schwach ist. Als ob... Zwei hättest du tot. Oh. Anton. Oh ja, perfekt. Nee, da musst du sein. Das ist ja blass. Ja, ich wohne hinter dem. Entschuldigung. So. So, jetzt ein Urge-7. Der stirbt. Won't? Ja, won't it. Die hatte doch drei Pokémon. Ja, die hatte drei Pokémon. Hä, mit Ruck. Sie hatte drei Pokémon, obwohl ich es nicht gesehen habe. Also ich kann es nicht bezeugen. Ach, egal. Äh... Ich meine, dass ich drei gesehen habe. Oh ja. Okay, drei Ziel haben wir jetzt. Kampf. Hör mal, wenn du ohne einen einzigen Ordner herkommst, werden dich die anderen Trainer nicht für voll nehmen. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt mal, wo hier die Arena zu finden ist. Ja, das sehe ich doch. Ach nee. Ich dachte, da oben wäre die Arena. Hey, Buddy Crouchy. Ach nee. Ich dachte, das wäre Vincent. Oh, da wartet ja schon jemand. Hi Buddy Crouchy. Leon. Hi Leon. Hast du die? Oh, du bist das Nintendo. Ach nee. Hast du es mal lieber langsam angegeben lassen? Wie? Ich dachte schon, du kennst gar nicht mehr. Da hat sich der Arena-Leiter wohl auch gedacht, denn der ist schon lange wieder weg. Okay. Okay. Er meinte aber, er wolle er zur Erzelnänge nehmen. Ich habe meinen Ohren hier bereits, daher ist mir das ziemlich egal. Ey, der hat so einen Flix an. Tschüssi. Tschüss. Aber wo ist die Erzelnänge? Äh, nicht da. Ich glaube rechts. Rechts. Ja, so war schon eine Mine, ne? Das ist keine Mine, echt was. Ja, was machst du dann? Ja. Ich glaube, auch egal. Bitte. Danke. Hör auf. Was? Nix. Was ist die Erzelnänge? Hä? Du hast doch reingegangen. Was ist das? Was ist das? Da kann man doch... Ah, nee. Doch nicht. Da. Oh. Ach ja. Oh mein Gott. Hä? Wo ist die Erzelnänge? Die Erzelnänge-Mine. Was ist das? Die Erzelnänge-Mine. Was ist das? Es ist der Zähling-Tor. Der Trug. Du bist der Erzelnänge-Mine. Hallo? Zeigt mir das auch jemand mal? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wer? Ey, darf ich jetzt nicht spielen? Du hast jetzt schon... Bei Mario Kart haben wir es zusammenspielt. Da? Ach, da! Okay, ich kaule lieber nicht an meine Erzelnänge. Ach, jetzt! Das ist ein Pokéball. Ja. Da habe ich schon. Ich habe eine X-Verteidigung nicht. Toll, also... Ich weiß nicht, was das ist. Hä? Hä? Da gibt es Pokémon drin? Was? Oh, nix. Oh, nix. Oh, nix. Das war nix. Okay. Tickle. Wenn man mich nicht auf Level 5 ist. Perfekt. Ich habe keinen Tickle. Äh... Nebenkratzer. Oh, nein! Okay, Katapult, das ist relativ stark. Ja. Alles okay. Ja, cool. Oh, cool. Alles klar. Blut hat keine Wirkung. Also, ne. Doch hast Wirkung. Sorry. Ich habe Blut kurz mit Elektro-Attacken verwechselt. Aber da ist auch nicht so viel Wirkung. Was? Was hast du mit deinen Klammern? Na mal kurz. Ey. Ich hasse dich. Warum hat der eigentlich eine größere... Bessere... Bessere Initiative. Alter, das ist ein Affe und das ist eine Steinschleine. Steinschleine. Ach, der ist doch schneller als Schlamm. Ja, der ist viel schneller als Schlamm. Wir brauchen auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon. So. Jetzt. Äh, fix. Das ist... yes, 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 yes. Gross-State. Hä? Wir haben den Ross-Stein genannt? Ja. Warum haben wir den Ruhstein genannt? Sollen wir Stachanelis Eidenschlammeln nennen? Was das nicht so viele Ruhstaben sind? Steinschlammeln. Ich brauch's von dem. So, jetzt lasst mich den Ruhstaben. Und dann treffen wir Plötzen. Ach, ehrlich. Hallo? So. Ich weiß gar nicht, wie reagiert. Marie. Mit der Vorräumertag geht's dir zu Hause. Ganz so die Felsen wie diesen Entbindeseiler aus dem Weg räumen. Ach, nee. Oh, hier fallen öfter mal Steine herunter und die blockieren die Wege. Wenn man sie nicht zertrümmert, geht's nicht weiter. Aber keine Sorge, sobald du den Ordner der hiesigen Arena kannst, kannst du das auch. Dafür musst du aber allerdings erstmal den Arenaleiter besiegen. Und der bin ich. Ja, genau, ich. Ich bin der Arenaleiter höchstpersönlich, ne? Bin selbstsüchtig. Keine Ahnung, warum. Wie ich das gerade gesagt habe. Ich will mal Schalupen. Mal Schalupen. Mal Schalupen. Flucht. Das will das ein Flucht sein? Warum mach ich heute immer diese Stimme? Ja, weiß ich doch nicht. Mal Schalupen. Und... Ja, Tschüss. Ihr meist durch Kills. Was für mich Kills? Oh, ich hasse es, wenn ich viel Zeit hatte. Oh, irre. Okay, nein. Wir sind wie in Pokémon-Legend. Oh mein Gott, bin ich blöd. In Pokémon-Legend, ich wollte sagen, wir sind jetzt wie in Pokémon-Legend in Arceus und in Titan und wir uns für keinen Kampf zurück. In Shoulo... Ah. Klein. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. What? What? Das nervt so hart, dass man die Pokémon in diesen Spielen nicht sehnt. Wenn ich getriggert bin, dann mache ich auch ein paar Grammatik-Fehler. So, jetzt noch mal ins Pokémon-Setter. Idiotisch, aber lieber Hoffniss. Ja, danke. Unser Team ist gepasst voll. Wenn das Video jetzt nicht beendet wird. Ja. Oh mein Gott, nein. Dann müssen wir den Arena-Leiter vielleicht in der nächsten Folge machen, was wir für euch natürlich in der nächsten Folge. Tschüss, bis zur nächsten Folge Gaming in der Twins. Oh, das war schon wieder nicht synchron. Okay, noch da. Tschüss, bis zur nächsten Folge Gaming in der Twins. Okay, das war gut. Tschüss. beep. budden Vielen Dank.